Baktinetten Cool. Zu viele Stickstoffe im Aquarium können ihren Fischen schaden. Baktinetten Cool von Söll ist das 3-in-1-Produkt gegen Ammonium, Nitrit und Nitrat im Wasser. Baktinetten Cool am besten mit dem Filternetzbeutel Baktinet verwenden. Dazu die schwarzen Kügelchen in das Netz einfüllen und die Flüssigkeit abtropfen lassen. Zum Schluss das Ganze in den Filter einlegen. Fertig!